Ein Klassiker unserer Stabilitätskategorie ist der beliebte 1160er. Als optimaler Begleiter für den leichten Überbrunierer bietet er in der neuen Saison durch ein vollständig durchgehendes Beaver Lasting deutlich mehr Stabilität und deutlich mehr Komfort während des gesamten Abrollvorgangs. Durch seinen flachen Aufbau verleiht er ein direktes Laufgefühl für ein dynamisches Training. Seine Spiva Mittelsohle vereint ein leichtes Schuhgewicht mit einer hohen Materialregeneration des Schuhs. Zudem wirkt ein Duomax Stützelement auf der medialen Seite der Überbrunation entgegen, während ein Trusted Element im Mittelfußbereich für die nötige Stabilität sorgt. Ein großes Gelelement im Rückfußbereich reduziert die hohen Aufprallkräfte, während ein zweites Gelelement im Vorfußbereich die Abdruckkräfte reduziert. Das abriebfeste AH-Plus-Material an der Außensohle gewährleistet eine lange Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit. Somit ist der 1160er ein unverzichtbarer Begleiter für den leichten dynamischen Athleten. Sound Mind, Sound Body.